Hallo und herzlich willkommen zu unserem technischen Modpack hier Tech World 2 zusammen mit dem Blaze und dem Razamon. Genau, wir spielen jetzt hier, wie von euch gewünscht, einen Technik-Modpack. Oder? War doch so gewünscht, ne? Ja, es war so gewünscht. Also die Mehrheit von euch war ja für ein technisches Modpack. Ja, und deswegen machen wir das jetzt auch. Genau. Was wir vielleicht noch sagen sollten, ihr seht ja, wir sind im Moment nur zu zweit. Und das liegt daran, unser Spezialtechniker ist heute leider noch verhindert, also für den ersten Aufnahmeabend. Der ist auf dem Lehrgang, der muss noch ein bisschen lernen hier. Genau, und nachdem wir die ersten Folgen sowieso ein bisschen darin, oder ja, man macht ja nicht mehr als das, was Razagrad tut, und zwar Grundsachen sammeln. Holz, ein bisschen Eisen, ein paar Rohstoffe. Oh, Laufbau habe ich auch schon, das ist gut. Das ist es sehr gut. Und wir haben gesagt, wir sind jetzt so die erste Aufnahme mal allein, suchen ein bisschen Zeug zusammen, bauen uns eine kleine Bleibe und dann in der nächsten Aufnahme müsste eigentlich unser Spezialtechniker schon mit dabei sein. Äh, der Sklave. Wo ist der Eichenwald? Da hinten, ne? Genau, würde ich sagen, gucken wir mal dahinter. Vielleicht ist da eine schönere grüne Fläche. Es ist übrigens die, glaube ich, fünfte Map, die ich generiert habe. Die erste Map war ein Schneebiome. Ich hasse Schneebiome. Ja, da kann man auch nichts dran anfangen. Oh, sehr schön. Hier gibt es schon mal Rohstoffe, wie ein bisschen Kohle und so, und äh, Kupfer. Äh, die zweite war eine kleine Insel im Meer, Sumpfgebiet, die war vielleicht 50x50 Blöcke groß. Hätte doch auch gereicht, oder? Die dritte, die dritte war ein Dschungel, und ihr wisst ja, alle meine Abonnenten wissen, ich hasse Dschungel. Das ist auch schrecklich, da muss man hochklettern und runter und Bäume hier und Bäume da und bläh. Genau. Äh, die vierte war auch wieder irgendwo im Meer, und die fünfte hat dann gepasst, das war die hier. Und da brauchen wir auch nicht viel laufen. Ich habe mir halt gedacht, ne, warum soll ich hier in einem Schneegebiet spawnen, wenn wir erstmal drei, vier Folgen rumlaufen dürfen. Da habt ihr auch nichts davon. Ne, das ist ja auch doof, irgendwie. Hier haben wir gleich eine schöne grüne Fläche, wir haben hier ein bisschen Holz in der Nähe, wir haben irgendwo eine Schlucht habe ich gesehen schon, auf der Minimap. Ich kann aber eben kurz auf Z drücken, aber dann seht ihr das nicht auf X mehr. X. Da hinter uns sind dann schon... Das X markiert den Punkt. Ah ja. Ja, also alles da, wo wir ein bisschen Ressourcen schon herkriegen für den Anfang. Die Wüste haben wir auch, Versand, es ist eigentlich kein schlechter Platz. Bis wir natürlich die ersten Maschinen hier aufbauen, dauern natürlich ein bisschen, das ist ja klar. Naja, ich sag mal, die erste haben wir relativ schnell, das wird denke ich auch der Grinder sein. Was auch immer der Grinder jetzt macht. Der Grinder hat eine Kurbel, mit dem wir quasi aus Erzendust machen. Ja, in der WG hatten wir ja schon. Richtig. Das ist eigentlich so das erste Teil, was man sich bauen sollte hier. Ja klar, um keine Ressourcen zu verschwenden. Genau. So, hat denn der Herr schon einen Crafting Table? Nein. Äh, elf Crafting Table sollte ich aber nicht machen. Außer du brauchst davon welche. So, äh, wo stehst du denn? Ich hab übrigens vergessen... Mini, wer bießt mich doch. Äh, ja, die ist noch ein bisschen klein. Kann man die nicht ein bisschen... Z. Z? Ah. Machen wir das so. So, äh, dann würde ich fast sagen, äh, ich guck mal gleich, dass ich eventuell ein bisschen Eisen bekomme. Entschuldigung. Um hier vielleicht, äh, ne Schere zu machen, dass wir uns von den Schafen gleich ein bisschen Wolle klauen können, ne? Das wäre eine ganz gute Idee, ja. Und ich bring, bring ein bisschen Stein mit. Für den Ofen. Ja, äh, und für Steinwerkzeug dann. Du hast ja die Spitzhacke gebaut, dann kannst du das ja machen. Der eine, ne? Reicht doch, um ein bisschen Stein zu kriegen. Aber ich muss ja echt sagen, ne, ich freue mich richtig auf dieses technische Modpack. Ja, Technik wird auf jeden Fall richtig geil jetzt hier. Genau, und unser, und unser Techniker hat mir auch schon so ein bisschen gesagt, was wir denn hier machen könnten. Also, es, 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 es fängt hier an mit, äh, großen Reaktoren bis hin zum Partikelschleuniger, äh, Partikelschleuniger, genau. Partikelbeschleuniger, so. Ich will ein Atomkraftwerk bauen. Atomkraft? Nein, danke. Achso, da war ja was. Du bist ein Aufkleber hier. Ne, wir können, wir können gerne zum Schluss, oder wir können gerne mal sowas bauen, ne? Zum Schluss. Das wird aber noch eine Weile dauern, glaube ich. Äh, eine sehr, sehr lange Weile. Ich denke, dadurch, dass wir jetzt auch, aua, einen Techniker dabei haben, wird das, denke ich, auch ein bisschen angenehmer für euch, weil wir euch doch, äh, ein bisschen mehr zeigen können. Wir haben ja zumindest einen dabei, der ein bisschen Ahnung hat. Genau. Wenn's denn bei ihm läuft, wir versprechen ihm die ganze Zeit was und wir wissen noch gar nicht, ob das alles so hinhaut. Ach, wenn, dann haben wir einen Ersatztechniker, den versklaven wir dann zum Lesen und zum Videos schauen. Achso, ja, gut, das geht natürlich auch. Ja. Vielleicht muss ich mir mal für hier unten auch nochmal schnell ein Crafting-Table machen, um mir die erste Steinspitzhacke zu machen. Auf mich wird schon geschossen. Schön. Hast du schon genug Stein für zwei Spitzhacken, dann geh ich mit Steine hacken, ich hab keinen Bock mehr auf Holz. Ja. Dann komm ich mal zu dir. Ich werde hier gerade erschossen. Das ist nicht gut. So, lass mir die Crafting-Table einfach hier stehen, ne? Ja, ja, wir kommen ja wieder zurück, ne? Was machen wir denn jetzt? Ich hab schon wieder keine Hungerkeulen mehr voll. Also, meine sind doch komplett voll. Weiß nicht, was du gemacht hast. So. Oh Gott, ich kann nicht mehr craften. Ja. Hast du dir das vorstellen? Ja, 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 ja. Ja, nein. Ach, da unten bist du drin. Ja. Da ist ein Skelett, warte mal, ich schmeiß den mal hier. Zack. Ich hab doch ne Axt. Ne Holz-Axt. So, ich mach uns gleich mal fackeln. Hier unten ist dunkel. Ja, gleich nicht mehr. Achso, da oben hast du die Spitzhacke, okay. Zack. Du hast schon Fackel, hast du schon Kohle gefunden oder was? Ja. Hier Stück. Ah, da ist Eisen. Das heißt, wir können uns auch gleich im Bett machen und pennen legen. Das ist gut. Und es war nur ein Eisen. Ah, toll, dann ist es nicht so gut. Vielleicht irgendwie was versteckt oder so, nebenan? Nein. Licht machen. Kann doch nicht sein, ein Eisen. Das ist ja mau. Ich bräuchte nur zwei. Also, eigentlich müsste ja noch mehr sein. Eigentlich ja. Kann man sich aus Kupfer keine machen? Nope. Ist hier nicht auch Tinkers Canstack bei? Ich glaub nicht, ne? Nein, weil Tinkers ist ja hier, ähm... Oder war der mal? Tinkers ist doch auch hier mit den... Mit den Werkzeugen. Ja, eben. Doch, das müsste sein. Wir haben doch das Buch Materials and You, ne? Ja, Tinkers ist drauf. Smellery haben wir. Das heißt, bald eine Smellery bauen und dann ziemlich schnell... Oh, Zertrusquartz auch hier gleich hier oben. Ja. Kann man, oh, ähm... Ähm, Kopper mit Steinspitzack abbauen? Ja. Ja, aber natürlich. Didi, 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 didi. Schere geht nur aus Eisen? Äh... Wahrscheinlich. So, erstmal ein paar Wackeln gemacht. Schere, Schere war auf Englisch? Schere. Hier. Oh, die Scheeres. Die gibt es auch noch... Es gibt auch noch Bedrock und es gibt welche aus, ähm... Ja, Stil. Wo ist denn die normale? Inward-Scheer. Aus Angelblock. Ja, ich sehe schon, es gibt verschiedene. Inward-Englert. Bedrock. Und HSLA-Stil. Oh, ich habe mir gerade zwei Scheren gescheatet. Hahaha. So, wo stelle ich den Rezept-Modus um? Ähm... Links unten Options, Inventory und dann Recyped-Mode. Okay. Und es wird dunkel, möchte mir nicht gefallen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich kill jetzt einfach mal so Schafe. Wir haben hier genügend. Ja, mach mal schnell. Ja, ich bin dabei schnell. Okay. Schnell. So, zwei. Hätte ich vielleicht gleich so machen sollen. Aber ja, ich habe wieder vergessen, vor lauter, lass mich mit und hast du nicht gesehen, den Server vor der Aufnahme auf Tag zu stellen. Ja, Pech. Jetzt ist es halt so. So, vier Wolle, fünf Wolle, ein Schaf noch. Äh, wenn du willst, kannst du dann zum Crafting-Table kommen. Oben, ich bin hier bei dem Crafting-Table hier unten, das reicht doch, oder? Ja, ich, ich, ich muss ja zum anderen rüber, weil da stehen noch Schafe. Klafen wir heute im Freien. Ah ja, das atelt schon mit dem Stress aus sich. Ich komme. Diesen, diesen Atemzug habe ich schon wieder gemerkt. Ah, please, du bist so anstrengend. So, was müssen wir, äh, was müssen wir bauen, um, äh, die Sachen zu verdoppeln? Wie ist das Ding? Äh, ein Grinder. Aber was für eine? Da gibt es ja mehrere verschiedene Sachen. Ich habe den ganz normal aus Stein. Ah, dieses Skelett, warte. Ah, fast tot, ey. So, einmal, zweimal. Ob ich jetzt nicht die Skelette unterwegs kaputt machen können? Äh, ich habe jetzt selbst gerade ein Problem mit Zombies, habe noch drei Hungerkoin. Da kommt mal rin hier. Da ist kein Monsters nirbi. Echt nicht? Geil. Nein. Gute Nacht. Guten Tag. Das ging ja schnell. Achso. 50% reichen doch, oder? Mhm. Vorsicht, Creeper da hinten. Kommt er schon näher? Nein. Dann ist er gut. Doch, nee, der eine, nee, er hält sich noch fern. Noch. Äh, ich sollte mir vielleicht mal vorab ein Steinschwert oder so machen. Ich habe nur eins Säge gekriegt, was ist das denn hier, ey? Zwei Schweine getötet und nur eins Säge gekriegt, kann ja wohl die sein. Hier liegen noch welche, genau. Äh, Stein. Zack. Habe ich auch schon ein Steinschwert. Ähm, ich werde mir noch ein paar Schweine kühlen. Ich würde fast sagen, die Rinder, die da hinten stehen. Irgendwo habe ich welche gesehen. Ähm, die könnten wir uns eventuell aufheben für Essen. Wir haben hier leider keinen Toaster of Doom. Nicht? Ach, scheiße. Der war aber gut, ne? Der war hervorragend, würde ich sagen. Ich habe aus einem Schwein gleich drei Kotelettes bekommen. Nice one. Ich auch gleich bitter nötig habe. Jo. So. Ähm. Hälfte der Herzen weg. Noch eineinhalb Hungerkeulen. Ach ja, das läuft doch schon mal super. Und da hinten der Creeper kommt immer näher. Jetzt hat er mich gesehen. Ich bin Creeper mit ein Ei geschlagen. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, welchen Grinder wir brauchen. Äh, lass mal gucken. Gibt so viele scheiß Grinder. Grinder. Äh, wir brauchen... Ja. Moment mal, ist das ein anderer? Hahaha. Das ist nämlich nichts zu brauchen. Nein! Nein! Du bist zumindest nicht gestorben. Ich habe es noch gehört, weißt du, so. Und dann... Ich wäre gerade im Inventar. Ich habe ein Bett aufgesammelt, das andere ist wahrscheinlich weg. Naja, ist egal. So, ich weiß, ich suche... Ne, ich habe auch noch ein Bett. Ah ja, dann ist ja gut. So. So. Ich gucke gleich mal. Ich gucke auch gerade schon. Ich habe hier so ein richtig hässliches Loch gemacht. Diese Monster. So. Ähm. Mal gucken. Aber das Ding... Also, ich weiß ja nur, der aus der VG. Das Ding hieß doch Grinder. Also, in der Smellsy VG geht das natürlich, aber... Das kann nicht Grinder heißen. Das muss irgendwie anders heißen. Du weißt doch nicht aus welchem... Der wird normalerweise nur aus Stone gemacht. Nur aus Stone? Wie aus Stone? Also, Stone und dann kommt oben eine Kurbel rein. Was heißt nur aus Stone? Ja, da brauchst du noch ein bisschen Stein und Holz dafür, für das Ding. Guck jetzt mal anders. Sind ja nur 75 Seiten, so ist es ja nicht. Ja, ist ja easy, ne? Also, ein Rock Crusher war es schon mal nicht. Ne. Äh, was haben wir denn hier? Item Unloader. Brauchen wir auch nicht. Da haben wir die ganzen Mining Turtles. Die werden später auch noch interessant. Eventuell für eine Mob Farm, die ich geplant habe. Oh, da musst du aber programmieren können. Grindstone. So hieß er. Ah, Grindstone. Okay. Ich baue den gleich. Brauchen wir Zertus Quarz oder Nether Quarz. Ein Holzzahnrad und Stone. Ja, aber wie bauen wir das Quarz ab? Da brauchen wir erstmal eine Eisenspitze. Jupp. Wie ist das Ding jetzt? Was für ein Grinder? Grindstone. Grindstone. So, ich werde jetzt gleich mal gucken. Ein Wort was? Ne, auseinander geschrieben. Grind und Stone. Ach, da vorne ist er. Brauche erstmal noch mehr Essen. Guck mal her, Schwein. Stone 1, fünf Stück, okay. Mein Steak. Ich würde aber sowieso sagen, wir bauen uns hier eine OP-Smeltery. Die muss mindestens zehn Blöcke hoch. Auf jeden Fall. Wenn wir genug Clay finden, machen wir das. Ah, natürlich, wir haben hier genug Wasser. So, ich bin schon mal voll. Ich nehme jetzt noch ein Steak mit. Und dann werde ich hier mal kurz in die Schlucht gucken. So, ihr Rinder, ihr Rinder bleibt mal hier. Wo war denn die Schlucht jetzt? Äh, ist das überhaupt? Das ist nicht wirklich eine Schlucht. Das ist genauso ein Loch wie vorher. Echt? Jupp. So, aber was ich natürlich gleich mitnehme. Wo ist denn meine? Habe ich jetzt meine Spitzhacke da oben bei dir weggeschmissen? Keine Ahnung. Gibt's Kohle. Eisen, sehr nice. So, das brauchen wir. Wir haben uns eben eine neue. Keine Ahnung, wo ich die hingeschmissen habe. Vergiss übrigens nicht, dein Bett wieder aufzustellen irgendwann. Ja, ja, irgendwann mache ich das. Irgendwann, irgendwann. Irgendwann. Kommt jeder dran. Also ein Eisen hätte ich ja schon mal. Ich habe jetzt schon, ähm, 10. Auch nicht schlecht. Bist ja zu langsam, Blaze. Auf den Los. Na, ich weiß. Ich nehme dir aber ein bisschen Kupfer mit. Ich denke mal, das braucht man später immer mal für Kabel oder so. Ja, Kohle auch, ne? Nimm doch die Kohle auch mit. Ach, das sind die ganze Kohle, die du meintest, okay. Ja. Die würde ich auf alle Fälle gerne mal züchten oder so. Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, können wir hier sogar, ähm, in dieser Mod was, äh, in Richtung Forestry machen. Mit automatischer Baumfarmer und so. Damit wir den Server zum Abschluss bringen, meinst du? Oh, nö, das müsste der Aushalt, ne? Sagst du so einfach. Ja, das sag ich so. In deinem Jugendlichen leichtsinn. Ja, ja, das eine Jahr ist der Jugendliche leichtsinn oder wie? Ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe, ich verstehe. So, dann werden wir mal raus hier aus dem Haus da, aus dieser, aus diesem Loch. Was haben wir denn hier? Apathit. Kann ich auch schon abbauen. Und, ähm, was ich diesmal von Anfang an machen werde, ein bisschen Ordnung in den Kisten halt, ne? Okay. Also, ich werde für den Anfang gleich mal ein paar mehr Kisten aufstellen. Klingt vernünftig, ja. Und sobald wir auch sowas wie eine Lumber-Ex haben, ähm, werden wir da mit den Kisten ein bisschen was machen. So. Nehmen wir dann gleich noch ein bisschen Kohle mit. Kohle ohne Ende gab's da. Ja. Ja, wir sollten von Anfang an Ordnung in den Kisten halt, das ist doch schon recht. Sonst finden wir nix mehr wieder. Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem, ne? Dass man zumindest sagt, man schmeißt die ganzen Erze in eine Kiste. Dann vielleicht noch eine Kiste mit Dust, etc. Eine Kiste mit Holz, dass wir vielleicht wirklich am Anfang gleich mal so, so fünf, sechs Kisten machen, ne? Das Holz ist ja gleich gefällt. Denn sonst geht's uns wie in Crazy Craft. Oder auch in, in, ähm, in hier. Äh, Hexit. So, da hatten wir auch so nen Sau-Steil. Und ja, wer Hexit bei uns noch nicht gesehen hat, bitte in die Playlist gucken. Wir brauchen entweder einen Messeräuter oder einen Pulverisierer. Für was? Um aus dem Zertusquarz, Zertusquarz das zu machen. Äh, den müssten wir doch eigentlich auch irgendwo finden. Wenn wir ne Höhle finden würden, endlich mal, ne? Ja, da gibt's so Zertusquarz, Dings, aber ich hab nur, ähm... Denn das kannst du auch finden in der Höhle. Echt? Okay. Weil ich nur die Diamanten gefunden hatte. Also nur die Steine, die, die wirklichen, okay. Dann hab ich nix gesagt, überhaupt das Gegenteil. Es ist halt, wie gesagt, die ersten Folgen ist halt einfach ein bisschen farmen, ein bisschen quatschen. Es ist ja auch so, egal ob man jetzt hier ein Modpack spielt oder Vanilla spielt, es bleibt sich ja immer gleich, ne? Ja, am Anfang muss man einfach was zusammenfarmen, genau. Genau. Bis wir unsere Quarry aufgestellt haben. Gibt's hier Quarrys? Ne, ne? Aber natürlich. Okay. Wenn wir die mit Fuel betreiben, dann ist das Ding richtig, richtig fix. Okay. Hast du ja gesehen, als wir da was, das kleine Info-Video gedreht haben. Die haben wir ja auch mit Fuel betrieben. Ja. Das Ding ist ja dreimal so schnell gelaufen, wie in Techit damals. Das stimmt, das war zuck, 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 zuck. Da, so ein Lager hatten wir gar nicht so schnell. Ne. Okay, dann hätten wir das, was ich mir... Oh, was hätten wir denn hier? Oh, oh. Kann ich hier wieder ein neues Lagersystem bauen, ne? Ich weiß ja gar nicht, was das hier für Mods drin sind, aber da werde ich schon was finden. Auf alle Fälle. Ja. So, dann brauchen wir noch ein paar Sticks für Fackeln. Hast du eine Höhle gefunden, oder was? Ja, was heißt Höhle? Es geht hier ziemlich steil nach unten, ne? Status Quartz habe ich auch schon wieder gefunden, ne? Ja, aber kein Dust, ne? Na, erstmal das Apartheid mitnehmen. Wie weit bist du denn gerannt? Äh, nicht weit. Direkt, äh, quasi, äh, neben der, wo wir gerade waren. Okay. So, da sollte ich am besten von hier reingehen, dass ich nicht runterfalle. So, Zertus Quartz, das habe ich schon mal einen. Das reicht noch nicht. Zwei. Das reicht noch nicht. So, und dann müsste ich mich eigentlich jetzt hier nach unten buddeln. So schön rundum. Also, den, den Dust kriegst du ganz normal auch raus aus den, ähm, aus den Ores. Als Nebenprodukt. Ja, beim Abbauen. Habe ich nicht raus, ich habe nur fünf, äh, Diamanten ausgegeben, wenn ich. Ich habe fünf und zwei Dust bekommen. So, ähm, hast du denn schon eventuell, wir sollten schlafen. Ja, geh mal, ich bin weit weg gerade. Ja.